Ernesto Monte äußert sich zu Dannes Liebesbekundungen nach der Trennung. Zwei Jahre nach dem Tod ihres Mann Jens Büchner, 49, hatte Dani Büchner, 43, in Ernesto Monte, 46, eine neue Liebe gefunden, doch nach wenigen Monaten zerbrach die Beziehung jetzt wieder. Dabei machte Dani kein Geheimnis aus ihrem Herzschmerz und schickte Ernesto eine öffentliche Liebesbotschaft. Sie liebe ihn noch immer und vermisse ihn. Fans des Paares witterten schon ein Liebeskommeback. Doch Enestos Antwort auf Dannes Liebesbekundung fällt eher nüchtern aus. In einer Fragerunde auf Instagram spricht ein Fan Ernesto offen an, wie er dazu steht, dass Dani ihn immer noch liebt. Ich finde es sehr stark, eine solche Aussage öffentlich zu machen. Das können nur Menschen, die wirklich lieben, antwortet der Sänger. Sie hat sich dabei von ihrer besten Seite gezeigt und ich muss sagen, ich war schon beeindruckt. Doch zu mehr scheint sich der 46-Jährige nicht hinreißen zu lassen. So habe ich sie kennengelernt und mich damals in sie verliebt. Also, ein großes Kompliment dafür. Schwere Zeiten für Dani Büchner. Oh je, ein bisschen mehr als ein Kompliment hat sich Dani sicher von ihrer öffentlichen Liebeserklärung erhofft. Denn auch, wenn Ernesto von seiner Ex in den höchsten Tönen spricht und ihre Worte ihn offenbar nicht kalt gelassen haben. Benutzt er doch das Wort damals. Nach einer neuen Chance für die Liebe klingt das jedenfalls noch nicht. Keine leichte Zeit für Dani Büchner. Sie musste neben ihrer Liebe zu Ernesto vor kurzem auch ihren Traum von der Fahne-Terrier aufgeben. Das Lokal, das sie mit ihrem 2018 verstorbenen Ehemann Jens geführt hatte, musste endgültig schließen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017